Musik Herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Melchiorre. Ich bin verantwortlich für die neue Geschäftsstelle der Valiant Bank hier in Liestl am Wassertunplatz 2 und ich freue mich sehr, dass wir am 21. Juni für unsere Kundinnen und Kunden die Türen öffnen. Kommen Sie mit, ich lasse Sie sehr gerne ein auf den Umgang durch unsere neue Geschäftsstelle. Vor ein paar wenigen Wochen hat es hier noch ganz anders ausgesehen. Es war sehr spannend, mitzuverfolgen, wie eine moderne Bankfiliale entsteht. Wir befinden uns hier in der Kundenzone. Kundinnen und Kunden werden hier per Videoempfang begrüsst und aus dem Kundencenter werden sie je nach Bedürfnis betreut. Schauen wir doch mal, wer uns aus dem Kundencenter aktuell beratend zur Seite steht. Hallo Marco. Hallo Jesus, wie geht's? Sehr gut, für dich. Wunderbar, danke dir. Ich wollte unseren Kundinnen und Kunden zeigen, wie freundlich sie hier in Liestl per Videoempfang empfangen werden. Herzlichen Dank dir und eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Wenn unsere Kundinnen und Kunden ein Beratungsgespräch wünschen, steht das ganze Team der Geschäftsstelle Liestl sehr gerne zur Verfügung. Zum Beispiel in einem Beratungszimmer. Aktuell selbstverständlich unter der geltenden Abstands- und Hygienerichtlinie. Aktuell ist gerade Matthias Bögin bei uns auf Besuch. Er unterstützt uns tatkräftig als Unternehmenskundeberater. Hallo Matthias. Hallo Marco. Warte ich gerade auf die Kundschaft? Ja, sind es heute Minuten, dass er da wieder aufkommt. Super, das freut mich. Ich wünsche dir ein ganz tolles Gespräch. Bis später. Merci. Ciao. Tschüss. Für alle, die keine Beratung wünschen, haben wir einen Diskretionsraum eingerichtet. Hier können Sie in Ruhe und Diskret Ihre Bankschaft einfach erledigen. Ich nehme Sie jetzt sehr gerne mit auf einen Rundgang in unsere Büroräumlichkeiten. Aus bekannten Gründen sind wir aktuell in einem Teamsplitting. Die Büros sind praktisch leer, da auch wir mehrheitlich aus dem Homeoffice tätig sind. In Liestl schaffen wir zu viert im Bereich Privat- und Geschäftskunden. Wir haben Simona Bronner, Steven Bleuler, Shahid Iqbal und ich. Wir bieten jedoch auch Beratung für unsere Unternehmenskunden durch Matthias Bürgin, den wir vorher gerade gesehen haben, und Sergün Demir an. Im Bereich Vorsorge und Finanzplanung bekommen wir Unterstützung von Remo Schmid und Christopher Veränderung als Finanzplaner haben. Wünschen Sie einen persönlichen Termin oder lieber per Video oder Telefon? Wir bieten alles an und freuen uns, Sie in allen Finanzfragen beraten zur Seite zu stehen. Einfach, flexibel und kompetent. Jetzt habe ich gerade gesehen, der Shahid Iqbal ist angekommen. Hallo, Shahid. Sali, Marco. Wie geht's? Tipptopp selber? Ja, bestens. Ist gut gegangen beim Kunden. Wunderbar, danke. Ich muss nur kurz ins Büro und dann kann ich schon wieder weitergehen. Super, wunderbar. Danke. Bis gerade. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt loslegen können und Sie in allen Finanzfragen beraten dürfen. Ich freue mich auf Ihren Besuch hier in Liestl am Wasserturmplatz 2. Betracht-Virat. Erstmalinenst cho rin auch malen Bereitungen des Ballons тов校.